Überraschung des Tages bisher. Gut, ich bin jetzt aber nur die Torno gefahren. Richtig cooles Bike. Evolution statt Revolution. So könnte der Titel lauten. Wir gehen wie immer von vorne nach hinten durch. Vorab nochmal ein riesen Dank an Limbecher. Ich darf ja so viele Bikes immer testen. Das ist echt der Wahnsinn. Mich so dankbar dafür. Deshalb gerne mal ein Like da lassen auf Instagram bei den Jungs. Es ist wirklich, wirklich ein cooler Laden und die größte Motorradmesse in der Region Stuttgart. So, erste Eindrücke. Das Motorrad wirkt relativ schmal. Der Sitz, der wird glaube ich auf Dauer ein bisschen ungemütlich, aber super Knieschluss. Gefällt mir gut. Der Lenker ist ja ultra flach und so ein bisschen gekröpft wie so ein holländisches Damenrad. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Leicht nach vorne geneigt, aber es ist noch... Alter, ich war schon im vierten. Aber es ist noch angenehm. Also ich bin tatsächlich überrascht, dass man gar... Also ich glaube, hier ist auch der niedrige Sitz drauf. Muss ich nachher nochmal fragen. Ähm, man hoppt ganz krass integriert in das Motorrad. Also wirklich super. Man hat auch Platz nach hinten zu rutschen, obwohl ich gerade die fette Krieger R3 Tasche anhabe. Ähm, das fühlt sich gut an. Oh, das fühlt sich gut an. Junge, Junge, Junge. Ey, ist mal ohne Witz. Also kennt ihr das? Wenn ihr ein Motorrad fahrt und direkt von Anfang an fällt die schon irgendwie in die Kurve. Den Eindruck hatte ich bei der ist gerade so ein bisschen... Super smoother Quickshifter. Unfassbar schön. Junge, Junge. Baujahr ist hier in der 21er. S1000R. Motor bekannt. Ist der aus der Doppel-R. Ist der, der in der anderen R auch schon verbaut war. Leider ohne Shift-Cam. Aber 165 PS. Und wir wissen, bei BMW sind 165 PS eher 170. Und 140 Nm Drehmoment. Was diesen Motor positiv auszeichnet... Also wir gehen jetzt direkt rein. Positiv. Der dreht super schnell und fein hoch. Er ist sehr linear. Er ist sehr gut zu kontrollieren. Das ist wirklich gut daran. Okay, hier ist offen. Hat einen dritten Gang. Vielleicht fassen wir 100, 200. Leider Verkehr und wir müssen da raus. Sauber, 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 sauber. Schlecht ist... Ich weiß nicht, ob es nur im Kaltstart war. Er hat am Anfang ganz schön vibriert. Wirklich diese ganz feinen Vibrationen. Aber so krass, dass ich dachte, oh mein Gott. Aber als er dann irgendwie warm war, war es weg. Oder Arme und Beine haben sich eingegroovt, was ich eher vermute. Aber ansonsten... Ja, ein legendärer Motor. 99 Kubik. Und die bringt er gut auf die Straße. Junge, Junge, Junge. Oh nein, da vorne ist geschwert. Wir müssen noch mal kurz... Oh, die dreht aber hoch, Alter. Oh, die Vibrationen sind aber wirklich heftig. Ich hab's in dem Video mal erklärt. Ich weiß nicht, ob das schon rausgekommen ist, warum die so vibriert. Aber die vibriert wirklich heftig. Aber die dreht gut hoch, ey. Leck mich am Zückerl, ey. Uh, das kitzelt überall. Aber der Verkehr Motorwerk hat was so kitzelt an Fußrasten. Sag mal, das ist ja nicht normal. Ein bisschen störend, muss ich ehrlich zugeben. Interessant ist auch, die Vibrationen sind weg. Oder ich hab mich einvibriert. Vielleicht lief der Motor, wenn er kalt ist, noch nicht so cremig. Oder wie gesagt, er hat sich einvibriert. Aber es ist schon cool. Also irgendwie bin ich schon alles nicht so schlecht. So, eine Sache muss ich leider ablesen. Bitte verzeiht's mir, das ist sonst zu kompliziert. Und es fällt nämlich wirklich auf, das ist ein echter Kurzhuber. Heißt, eher weniger Drehmoment, aber richtig Drehfreude. Und als Vergleich, sie hat die 14.000 Newtonmeter. Die 114 Newtonmeter bei 9.250 Umdrehungen. So, und die hat einen kürzeren Hub als die Street Fighter V4. Nämlich 49,7 Millimeter Hub. Eine Street Fighter V4 53,5. Eine MT-10 50,9. Und eine Tuono 52,3. Und das ist wirklich krass. Das ist der kurzhubigste Motor, den ich je gefahren bin. Also es ist wirklich dieses Turbinenartige Hochdrehen. Gefällt mir jetzt schon ziemlich gut. Ich muss sagen, der Sound ist halt echt nicht da. Also, die macht schon ihren Ton. Aber es klingt halt echt nicht so gut. Oder nach sehr wenig. Der Rest an für sich, wie die rauszieht, ist beachtlich und schön. Oh. Ne, klingt noch nix. Also, wenn sie hier keinen Sound hat, hat sie keinen Sound, ne? Das ist halt so. Wir probieren's. Na, laut wird die halt schon, ne? Oh. Ja, zum Motor muss ich noch kurz was anmelden. Der Dynamic Pro Modus war leider nicht verfügbar, den muss man erst ein bisschen initialisieren. Das Problem an der Sache ist, die BMW ist gedrosselt in Gang 1 und 2 in allen Modi außer eben diesem Dynamic Pro Modus. Das heißt, im ersten Gang hat sie nur 80% des Drehmoments, was in dem Fall so 91,4 Nm entsprechen würde. Und im zweiten Gang nur 90%, was dann so rund 100, 102 Nm entsprechen würde. Ihr könnt ja den Quellen hier entnehmen. Und ja, das ist ein bisschen schade, weil man es dann nicht so 100% vergleichen kann. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr so eine BMW kaufen wollt, gebraucht, die muss unbedingt das Dynamic Paket haben. Motor in Kombination mit dem Fahrwerk. Warum ist das so geil? Für einen Vierzylinder baut die ziemlich schmal. Fahrwerk ist elektronisch ein bisschen änderbar, einstellbar, merkt, also man merkt es auch. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Sie lässt sich brutal leicht in Kurven legen. Also gar keinen Widerstand, wenn man die in eine Kurve schmeißen will. Hat mir sehr gut gefallen bei dem Motorrad. Also Lenkbefehle hast du irgendwie gar nicht gebraucht. Das war so wirklich kurvig gedacht, kurvig gemacht. Aber die ist sehr einfach zu fahren. Die fühlt sich sehr, sehr leicht an. Ich meine, vollgetankt hat das Motorrad 199 Kilo. Wenn man nicht die Schmiedefelgen nimmt oder Carbon schon gar nicht. Dann sind wir bei 199 Kilo. Das ist nicht so viel. Das ist schon echt gut. Ganz anders als bei der Tuono. Ganz anders als bei vielen anderen Motorrädern. Wirklich. Hat mir extrem viel Vertrauen geschenkt. Habe ich auch jetzt eher seltener. Ich sage jetzt mal bei der Ducati Monster, der aktuellen, die ich gefahren bin. Da war es auch so Vertrauen. Irgendwie die Weihung sind ein bisschen höher und einfach reinschmeißen, Spaß haben. Da war es aber noch wärmer. Heute, wie gesagt, waren es 10 bis, Display hat mal gesagt, 13 Grad. Die Straßen waren teilweise nass und noch salzig. Ich hatte auch einen kleinen Zucker am Vorderrad. Das sieht man sicher im Video. Dabei waren maximal Schräg lang 33, 32 Grad. Ich glaube, mehr hat es gar nicht angezeigt. Aber das Motorrad, das spricht ja für das Bike, hat mir sofort Vertrauen geschenkt. Oh, dies. Aua, au. Aua. Habe ich vergessen, diese Bodenwelle. Da kriegst du jedes Mal eine mit. Oh, fühlt sich so safe an, alles. Eieieiei. Eieiei. Mit der bist du, glaube ich, echt schnell. Habe ich so einen Eindruck. Der Bodenwelle. Oh, das ist geil auf Road. Eieiei. Jihiei. Das ist halt nicht sportlich, aber das ist ja wie auf dem Schiff. Das ist ja geil. Eieiei. Eieiei, gefällt mir. Was ist das? Eieiei. Die Überraschung des Tages. Eieiei. 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 Über 25 gekommen. Und schau mal, ich habe irgendwie nie hart gebremst, aber es hat sich echt übelst angefühlt. Also, übelst. Äh, geil. Bei den Bremsen müssen wir ein bisschen aufpassen, je nach Baujahr. Es war so, die wurden am Anfang ausgeliefert mit Brembo's, die Brembo extra für BMW gefertigt hat. Da gab es dann wohl Probleme. Dann wurde auf Bremszettel getauscht von der Firma Hayes oder Hayes. Erkennt ihr daran, dass eben BMW draufsteht und nicht Brembo. Und dann wird wieder zurückgewechselt auf Brembo. Also da eventuell aufpassen, ob es da vielleicht mal Veränderungen gab. BMW hat keine radiale Bremspumpe. Leider eine axiale Bremspumpe und auch so einen Dulli gegossenen Bremsphysik als Ausgleichsbehälter. Und die ist auch nicht so fein einstellbar oben. Also ihr könnt ja bei der Speed Triple zum Beispiel, könnt ihr den Druckpunkt einstellen oben. Brutal genial. Das geht bei der BMW alles nicht. Aber, sie, die Bremsen packen unfassbar gut zu. Also wirklich, wirklich gute Bremsen, obwohl es eben nicht die super krass Top End sind. Ja, die Street Fighter und die Speedy, die haben noch einen schärferen Biss, den man meiner Meinung nach aber tatsächlich wirklich nicht braucht. und vielleicht die Hebel noch tauschen, dann seid ihr mit der BMW auch echt gut bedient. Man ist extrem gut integriert. Ganz toller Kniewinkel oder Knieschluss, Entschuldigung. Und der Kniewinkel war nicht mal störend. Wobei, ich glaube, das ist die niedrige Sitzbank, wenn mich nicht alles täuscht. Kleiner Abzug, die ist echt hart. Das hat nicht so Spaß gemacht. Aber ich glaube, das ist auch die niedrige. Ansonsten war der Kniewinkel wirklich in Ordnung. Man konnte sich super positionieren. Man hat, und das war bei der Ducati zum Beispiel nicht so bei der Monster, hier nach hinten, unfassbaren Platz, um sich zu positionieren. Ich hatte jetzt halt dieses riesen Backpack an. Aber, so, ich bin 1,81 Meter. Und schaut mal, was ich da für einen Platz noch habe. Also da habt ihr wirklich alles, um zu spielen. Und ein sehr leichtes Motorrad, 199 Kilo vollgetankt. Ohne die Schmiederäder, ich glaube, 198 mit Schmiederäder. Der Lenker fühlt sich, also ich war ganz safe, der Lenker muss sofort getauscht werden. Jetzt weiß ich gar nicht so genau. Man ist ein bisschen nach vorne geneigt. Man hat im, auf die Kamera gehauen, man hat im vorderen Bereich der Schulter einen leichten Hauch von Druck. Den ich jetzt noch gut mit dem Rücken alles halten kann. Aber, ja, ein klein wenig spürt man da was. Was ich noch interessant fand, ist, der Lenker, der ist ja relativ, also der ist ja flach eigentlich. Und nur ein bisschen nach hinten gekröpft. Wenn der noch, also ihr seht, ich habe ja ein bisschen kurze Alme. Also so wäre er super aufrecht. Und so weit muss ich nach vorne gehen. Wenn der jetzt noch so ein bisschen höher kommt, ey, dann hockt der da brutal bequem drauf. Und dann noch ein richtiger Sitz, der nicht so hart ist. Das ist fast schon reisetauglich. Das Schild hier, ja, abmachen, wegschmeißen. Aber sonst, vom Fahrwerk her, vom Fahrgefühl, mega. Wenn ihr normale Arme habt, am meisten sind so zwei Zentimeter zu kurz, wenn ihr normale Arme habt, dann wäre das sehr gut. Aber ansonsten 20 Millimeter höherer Lenker oder ein bisschen mehr Kröpfung nach oben. Und das ist fast tourentauglich. Wenn man den Sitz noch zum Ellert bringt, oder Ellert, dann ist das Ding eigentlich tourentauglich. Ja, die Veränderungen am Fahrwerk waren so mit die größten Veränderungen, zusammen mit der Elektronik. Den Lenkkopfwinkel ein bisschen steiler gestellt. Der Nachlauf wurde ein bisschen kürzer. Die Schwinge hat man ein bisschen verlängert. Und man hat den Motor ein bisschen steiler gekippt und mittragender gemacht, in diesem Flexframe. Und ich weiß nicht, welche Veränderungen und alle zusammen. Es war die Tausender, die sich am einfachsten fahren ließ von allen Bikes, die ich in der Klasse bereits gefahren bin. Und wirklich, wirklich beeindruckend. Ich bin tatsächlich geschockt davon, wie einfach und gut die BMW zu fahren war. Und kleiner Wink an Yamaha. Die BMW hat ab Werk immer Stahlflexbremsleitungen. Thema Elektronik. Ja, die BMW hat ein super fein ablesbares Display. Irgendwo hier drin ist eine Sechsachsen IMU versteckt. Das heißt Schräglagen, ABS und alles da, volle Hütte. Und ich glaube, mit dem Dynamic Pro Paket kannst du dann auch alles einzeln regeln. Also kannst du die Kontrolle ausmachen und den Rest anlassen zum Beispiel. Ansonsten hat die Deals das Turmpaket. Dann habt ihr ein Keyless Ride. Das heißt, einmal hier draufdrücken und dann geht die Zündung an. Und die hat auch Griffheizung. Funktioniert auch sehr geil. Und die Einstellung funktioniert dann über dieses BMW-Rad. Vielleicht muss man da ein BMW-Typ für sein. Ich mag es nicht. Ich komme damit nicht klar. So, wenn man ausmachen will, wieder draufdrücken. Ansonsten hier auf den Starter und los geht's. Modes kann man hier drüben einstellen. Das waren, ich glaube, drei Fahrmodi. Aber ich fand es schwer so von der Haltung her. Hab dann teilweise mit dem Finger draufgedrückt, statt mit dem Daumen. Und hab's mal so versucht. War jetzt nicht ganz so. Ansonsten könnt ihr alles auf der linken Seite einstellen. Und die haben einen Knopf für alle Elektronik aus. Also alle Helfer. Ich glaube, ABS geht aus. ABS geht nicht aus. Aber Traktionskontrolle und Wheelie-Kontrolle gehen dann aus. Oder so. Aha. Ja, natürlich überfordert. Aber Griffheizung fest. Wo ist die Reichweitenanzeige? Was ist, wenn ich hier drehe? Gar nichts. Passiert hier irgendwas? Ja, wir machen nach klar, wenn das geht. Bin ich hier nach oben? Nee, halt, das will ich nicht. Wahrscheinlich muss ich hier auf mein Fahrzeug bestätige. 160 Kilometer, 92, Luftdruck. Digga, ich krieg einen Ständer. Das ist ja echt geil. Keine Ahnung, wie ich da rüberkomme jetzt. Ah, so. Jetzt wieder auf Sport. Yes. Oh. Oh. Max, 25. Wann bin ich in 25 Grad gefahren? Leben nicht. Nein, ist das eine geile Ansicht. Ja, zum Thema Elektronik nochmal. Also, wenn ihr den Dynamik Pro Modus habt, dann könnt ihr alles einzeln einstellen. Ihr habt sonst eben diese vordefinierten Modi. Und im Dynamik Pro könnt ihr alles, wie ihr Bock habt, eben einstellen. Das heißt, Wheelie-Kontrolle aus, Traktionskontrolle anlassen. Ihr könnt ABS, das sind glaube ich fünf Stufen, dann runterregeln von fünf auf eins. Bei eins habt ihr zwar noch ABS, aber halt diese Hinterrad-Abhebeerkennung zum Beispiel ist deaktiviert. Oder ihr könnt den Kurven mit Bremse hinten rein driften. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das im Display auch dargestellt wird. Einmal bildlich und textlich. Also da steht dann einfach ABS vorne. Dann habt ihr zwei von fünf Balken. Und dann steht aber Abhebeerkennung hinten deaktiviert. Und das finde ich weltklasse, wie BMW das löst von der Einstellbarkeit. Und wie gesagt, ihr könnt dann auch mit Dynamik Pro dann die Motor-Schleppmoment-Regelung einstellen. Und eben Traktionskontrolle höher lassen. Wheelie-Kontrolle aus, weil braucht ihr nicht, weil ihr es könnt. Finde ich ein super Kompromiss. Und ihr könnt eben wieder dieses Kurvenausgang Gas geben und sanft mit einem kleinen Wheelie, so fünf, zehn Zentimeter, rausbeschleunigen. Und habt halt die elektronische Sicherheit. Und das tut schon ganz gut, wenn ihr ehrlich ist. Ja, die Struktur der Elektronik ist so ein bisschen wie im Büro. Die Ablage, wo alle Zugriff drauf haben. Deutsche Gründlichkeit, aber keiner findet was. So ging es mir zumindest ein bisschen. Aber ihr findet halt einfach alles dort. Also von Außentemperatur, Luftdrücke in den Reifen mit Warnmeldung. Ihr seht, wie fein die DCT geregelt hat. Ihr seht, wie stark ihr gebremst hat. Also es gibt alles. Es ist halt teilweise ein bisschen versteckt und man muss wissen, wo es liegt. Aber es ist zumindest alles da. Und auch von den Farben her, wie das Display das darstellt, einmalig. Im Sportmodus habt ihr dann gesehen, habt ihr einen Schräglagen-Sensor. Der zeigt euch dann auch die maximale Schräglage an. Und ihr könnt auch alles mit der BMW-App vernetzen. Habe ich nicht probiert. Soll ab und zu Probleme bereiten. Aber Display ist und darstellende Elektronik herausragend gut. Thema Getriebe. Eins der besten auf jeden Fall. Schaltet sich extrem leicht. Also ich habe es getestet. Das muss man auf jeden Fall einblenden wie, ich glaube, bei 50 in den 6. Gang mit dem Quickshifter. Alles kein Problem. Getriebe ist langsam auch auf Temperatur und fühlt sich gut an. Wir probieren mal Quickshifter bei 30, im dritten, im vierten. Ah komm, bei 40 im fünften. Ah ja, im sechsten. Macht er. Was ist los mit den Dingern? Klonkt halt weniger als das von der Tonne. Das von der Tonne ist halt so ein bisschen Rennsport mäßiger irgendwie. Das ist halt unauffällig. Aber es funktioniert einfach gut. Wirklich sehr, sehr gut. Das ist sehr fein schaltet. Anmerkung noch zum Getriebe. Ja, es ist knackig übersetzt. Es ist, glaube ich, die ersten beiden Gänge haben die gleiche Getriebe-Übersetzung wie die Doppel-R. Es ist kürzer übersetzt als eine MT-10. Und wer Sorgen hätte, dass sie aus der Spitzkehre nicht ganz so gut rauskommt, ihr könnt am Kettenblatt was ändern. Ich habe es einmal hier durchgejagt und ihr seht, ein Zahn mehr hinten auf dem Kettenblatt. Und ihr kommt immer noch auf eure echten 250 kmh, zwei Zähne mehr und ihr landet bei 12.000 und Drehungen bei 245 kmh. Die Drehzahl bei 100 kmh erhöht sich im Sechsten von 4.500 bis 5.000, wenn man eben von 3% Schlupf ausgeht. Es gibt also noch einen gewissen Spielraum, der eintragungsfrei ist, wo man die Kette nicht ändern muss. Wo man einfach sagt, okay, ich hole mir ein neues Kettenblatt, die kostet um die 50 Euro, um noch so ein bisschen mehr Drehmoment rauszukitzeln. Und ansonsten schaltet das Getriebe so unauffällig, dass man echt aufpassen muss, dass man gar nicht mitkriegt, dass man geschalten hat. Das nächste Thema Alltag. Ja, Thema Alltag wird die so ziemlich alles gewinnen bei den Naked wahrscheinlich, weil die sich sehr gut fahren lässt in hohen Gängen, langsamen Geschwindigkeiten. Super geile Kupplung mit einer schönsten Kupplung, die ich je hatte. Bremse funktioniert super. Also Alltagsnutzen, denke ich, relativ hoch. Ich habe schon gesehen, dass es hier die Halterung gibt für Gepäckmöglichkeiten. Hier muss man auch wieder was austauschen, mit den SW-Motex-Sachen drangehen. Aber ihr habt auch ein bisschen Platz. Sogar das Sitzkissen für den Sozius ist gar nicht mal so klein. Inklusive fand ich auch schön, dass ein Motorrad sowas hat. Am Anfang wird die Drehzahl farbig, je nachdem, ob es schon warm ist oder nicht. Heißt, auch da hilft sie euch noch, dass ihr nicht zu früh zu hoch dreht und den Motor schon. Also was wünscht man sich von einem Motorrad noch mehr? Ja, hier kann ich gar nicht genug betonen, wie sehr die BMW einen nicht anstrengt. Also dieses, ihr habt vielleicht weiter, bis ihr mal ein bisschen schneller fahren könnt. Also 200 Kilometer Anreise, dann ballern und am Abend vielleicht 200 Kilometer zurück. Von allen Nägels wird jetzt der BMW am ehesten zutrauen. Vor allem mit dem Komfortpaket, Tempomat rein, Griffheizung an. Da könnt ihr auch morgen schon die alten Pässe hochfahren. Und ihr seid einfach nicht angestrengt, weil ihr einfach keine Kraft benötigt, dieses Motorrad zu steuern. Und das ist eine Art passive Sicherheit auch. Und die halt auch Spaß macht, weil man einfach nicht K.O. ist und weil man halt eben dann auch länger fahren kann im Zweifel. Die BMW ist ein Naked Bike. Klar, das heißt, Winddruck am Oberkörper habt ihr volle Kanne. Vielleicht das Windschild, was ihr vorher weggeschwissen habt, doch wieder dran bauen. Der Lenker, wie gesagt, ein bisschen höher und ein bisschen bessere Sitzbank drauf. Und ihr habt einfach ein echt scharfes Naked Bike, das super einfach zu fahren ist, mit dem ihr auch gut in den Urlaub fahren könnt. Also von der Vielseitigkeit her sehe ich da BMW und Super Duke fast auf dem gleichen Niveau auf jeden Fall. Aber jetzt folgen noch ein paar Anmerkungen zur Verarbeitung der BMW. Hier sind halt so Plastiksachen. Ich weiß nicht, BMW. Ich weiß nicht, ob die lange so schön plastisch bleiben. Oder ob das halt, also zumindest hier vorne, vielleicht kann man es auch folieren lassen, wäre lackiert wirklich schöner gewesen. Und hier tut es auch schon so ein bisschen Kratzen. Und man sieht dann hier so eine kleine Kante und so. So ärgerlich. Es sind so diese Kleinigkeiten, die mich dann immer stören. Ja, die grundlegenden Sachen, die wichtigen Sachen, also Rahmen, Schwinge, Motor, Gabel, top verarbeitet. Wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn es dann halt an die Plastikteile ging, also da könnte ich diese Einkäufe ohrfeigen. Das ist teilweise, das ist wirklich dreist. Das ist wirklich dreist. Der Kunststoff war so billig, den konnte man so richtig verbiegen. Und ja, man könnte ihn vielleicht folieren, damit es auch nicht so ganz schlimm aussieht. Oder durch Carbon austauschen, wenn es der Geldbeutel mitmacht. Aber gerade im Bereich vom Soziussitz, also unter dem Soziussitz, wo man vielleicht mit seiner Hecktasche hier, wo man vielleicht öfters dran stößt, das war schon verkratzt am Vorführbike mit 4.500 Kilometern. Und das verstehe ich nicht. Wenn man da so einen weichen Kunststoff hinmachen kann, das ist wirklich kein Qualitätsmerkmal und ist wirklich eine kleine Schande. Ja, vielleicht wollen wir auch über diesen Elefanten im Raum sprechen. Über das Design der Maske vorne. Ich filme mal aus der Hand raus. Mir gefällt sie mittlerweile. Ich finde es jetzt nicht die geilste Maske der Welt. Ja, aber ich finde es tatsächlich nicht schlecht. So kann man es schon so lassen. Das glaube ich, wo es die meisten dran stören. Ich finde es viel geiler als die von der alten. Und doch, sieht ordentlich aus. Also sieht in Live auch viel besser aus als auf Bildern. Ist ein bisschen 0,15 Gesicht, gebe ich zu. Aber ich finde es nicht schlecht auf jeden Fall. Als Fazit, ich bin wirklich positiv überrascht. Fazit im Motor. Ja, man muss ihn auf Drehzahl halten. Ist schon so. Ab 6.000, 7.000 packt er halt richtig zu. Und dann haut ihr aber auch einen raus. Schön, schön zu fahren. Einfach zu fahren, das Motorrad. Macht, was es soll. Gibt ihr ganz viel Vertrauen. Positiv überrascht. Also so positiv, wie es sein könnte. Motorräder sind, es ist halt mega subjektiv alles. Und es ist halt das, worauf ihr gerade irgendwie abfahrt. Ich sag mal, die TORO hat mich jetzt persönlich vorher nicht so gekickt. Keine Ahnung warum. Auf der fühle ich mich gerade viel heimischer. Kickt mich gerade viel mehr. Aber es ist halt irgendwie auch so situativ. Wenn ihr Motorrad fahren lernen wollt, würde ich auf einer Tausender. Und mit Träglagen und so, ist das glaube ich viel einfacher. Also gefühlt. 33 Grad, überleg mal. Ab 40 kann es so easy knieschleifen. Aber das hat sich hier nichts nach 33 Grad angefühlt. Das war jetzt echt ein gemütiger Sonntagsausflug bis jetzt. Abgesehen davon, dass meine Popperze schmerzt von diesem Sitz. Ah, halt, wir müssen ja auch wieder auf Road stellen für die Oppas. Oppa-Modus. Also ich sag mal so, wenn das Ding jetzt nicht gerade rot ist, und wenn ich brauche diesen goldenen Heckrahmen, ist das schon irgendwie geil. Das ist schon irgendwie geil. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt schnappe ich mir noch eine Streetfighter V4. Und dann schauen wir mal, was das Beste naked ist. Ansonsten bis zum nächsten Video.